Musik 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 Kannst du uns eine Brawl sehen? Von my part? Das ist definitiv Wir befinden uns hier gerade in England. UFC und Fuel TV 5 steht an meiner Seite Che Mills Che, schön zu sehen, dich wieder in England Was bedeutet das, dich zu kämpfen Und wieder in deinem eigenen Land? Ich denke, es ist viel einfacher Es gibt keine Reise, keine Flugzeuge, alles Essen ist die gleiche Es ist auch einfacher, Es ist auch einfacher, und ich habe auch die britischen Fans hinter mir, das ist ein schönes Gefühl Sie denken, sie werden dich in der Kampf mit Dwayne Ludwig aufbauen? Ich hoffe das Ja, ich denke, sie werden Was erwartet von deinem Gegner? Oder Bist du Angst, was er bringt? Nein Ich habe natürlich viel Respekt Besonders für das Stand-up-Game Ich bin auch das gleiche Ich kann sagen, es sollte ein sehr spannender Kampf sein Kannst du uns eine Brawl sehen? Von meinem Teil definitiv Ich hoffe, er fühlt sich das gleiche Aber das ist MMA Ich bin bereit für alles Vielen Dank Bis zum Glück Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank